Der Industriestaubsauger Alto ist für den täglichen Einsatz geeignet. Er bietet extrem leise Leistung, die Sie sehen, aber nicht hören. Somit arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum entspannt. Mit diesem Staubsauger nehmen Sie mühelos feinen bis groben Schmutz auf. Der drei Meter lange Saugschlauch sorgt für einen großen Arbeitsradius, ohne den Sauger hinterherziehen zu müssen. Das Handrohr hat eine stufenlose Saugkraftregulierung. Über das Handrohr und Verlängerungsrohr können Sie die mitgelieferten Aufsätze, Fugen, Bürsten und Universaldüse von der Zubehörhalterung stecken. Das Push- und Clean-System ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Während des Betriebs wird der Schlauch zugehalten und gleichzeitig dreimal die Filterreinigungstaste gedrückt. Somit wird der Staub aus dem Filter in den Schmutzbehälter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder auf dem höchsten Niveau. Der Sauger eignet sich ebenfalls für die Aufnahme von Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Wasser. Der PET-Fliesfilter lässt sich einfach auswaschen. Damit sparen Sie Zeit und Kosten. An die integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik können Sie Elektrowerkzeuge anschließen. Dieser Sauger ermöglicht mit seinem umfangreichen Zubehör den sofortigen und vielseitigen Gebrauch.